Hallihallo Leute, lang lang habt ihr nichts so richtig von mir gehört, deswegen muss ich mich endlich mal wieder hier auf meinen Arsch setzen und mal ein kleines Update raushauen für euch. Es ist wohl lange überfällig und dementsprechend versuche ich mal einfach jetzt alles irgendwo halbwegs kurz zu fassen und frei von der Leber wegzureden. Klappt ja meistens am besten bei mir, wer es glaubt. Als kleine Ansage jetzt am Anfang, da ich das ein bisschen kombinieren werde, nachher wird es wieder regulären Stream geben und zwar letztes Kapitel von Steinskate, an dem wir gerade dran sind. Das wollte ich einfach nochmal jetzt hier mit hinein sagen, weil ich ja entsprechend jetzt wieder zu Hause bin und dementsprechend morgen und übermorgen zumindest die normalen Streamzeiten stattfinden werden. Nächste Woche ist wieder ein bisschen was anderes los, aber das erzähle ich euch dann gleich. Und ansonsten, denke ich mal, bin ich euch in irgendeinem Sinne eine Erklärung nicht fällig. Schuldig, genau, schuldig, das wäre das Wort, was ich suche. In irgendeiner Art und Form eine Erklärung schuldig, warum jetzt in den letzten, ich sag mal Monaten geschätzt, gefühlt, hier gar nichts los war. Oder vielleicht nur, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier, ganz spontan mal meine Upload-Historie aufmache auf YouTube. Ja, es wäre schön, wenn du schneller lädst. Internet heute ist schon wieder richtig toll. Dass ich ein Monster Girl Quest Video hochgeladen habe und ansonsten nur mal eine, ich glaube das letzte davor hier war noch eine Indie-Folge. Und dazwischen sind wenn nur Stream-Ankündigungen und das dann auch nur relativ wenig. Von daher, was ist in letzter Zeit passiert? Naja, ganz, ganz knapp gefasst, ich habe eine Freundin. Und ich bin restlos glücklich mit ihr. Die Umstände unseres Kennenlernens nennt man wohl übers Internet. Es hätte schicksalhafter, merkwürdiger, bekloppter, schöner nicht sein können. Und direkt nach erstem Besuch bei ihr, wo ich gemeint hatte, ich muss sie kennenlernen, seitdem sind wir ein Paar. Das Ganze ist dann jetzt, jetzt seit sechs Tagen, kennen wir uns jetzt fünf Monate. Aber kennen uns im Endeffekt gefühlt so gut wie nie und es fühlt sich an, als wären es schon Jahre. Von daher, vielleicht kennen es ja einige von euch da draußen. Auf jeden Fall, in dieser Zeit bin ich jetzt halt mehrfach zwischen ihrem Wohnort und meinem Wohnort hier immer hin und her getöffelt. Was zum einen eine Zwei-Stunden-Fahrt ist. Deswegen also ganz so nah zusammen wohnen tun wir dann doch nicht. Glücklicherweise sind es nur zwei, nur zwei Stunden. Es hätte ja auch sonst wo sein können. Von daher, darüber kann ich wohl froh sein. Ansonsten allerdings, in der meisten Zeit, wo ich bei ihr war, hatte ich logischerweise nicht meinen PC dabei. Und da Semesterferien waren, habe ich mich zwischendurch immer wieder relativ lange, sehr gerne bei ihr aufgehalten. Und konnte dort nichts machen, beziehungsweise, ich muss auch zugeben, ihr wisst wie faul ich bin. Ich wollte auch nichts machen, weil ich die Zeit einfach sehr, sehr genossen habe. Das letzte Mal, als ich jetzt bei ihr war, das war für einen knappen Ganzen, ein bisschen mehr als einen Monat. Na gut, das war das vorletzte Mal, aber dazu kommen wir gleich. Da hatte ich einmal testhalber hier meinen ganzen PC mitgenommen gehabt, weil ich einfach mal testen wollte, wie ist es denn, wenn man zusammen wohnt. Ist für mich ja als, ich sag mal, Einzelkind und bis jetzt nicht so großartig Verliebter oder eher Single, sagen wir es mal, nicht so mein Metier gewesen. Und deswegen hatte ich da meinen PC mit dabei. Aber mit Alltag, mit ihren Kindern und entsprechend noch Streams und so weiter und so fort, waren die Tage immer relativ voll. Und ich wollte mich logischerweise nicht an die Wand setzen, an meinen PC-Rücken ihr zudrehen und dann die ganze Zeit nur hier am Videos schneiden sein. Auch wenn sie selbst YouTuberin und Let's Playerin ist, was das Schöne an der ganzen Sache ist. Von daher ist es wenigstens jemand, der nachvollziehen kann, wenn man mal streamt oder Let's Playt oder so was. Oder Videos schneidet und dass dementsprechend da ein gewisses Maß an Zeit reingeht, wenn man sich damit ernst annimmt. Bevor ich es vergesse, ich weiß es jetzt nochmal, eine richtig tolle Einwerbung ab diesem Punkt hier. Aber die Leute, die bei mir im Discord sind, haben das Ganze wesentlich mehr mitbekommen, als alle ihr da draußen, die jetzt dieses Video hier seht. Von daher, wenn ihr sowas näher mitbekommen wollt, beziehungsweise euch immer gefragt habt, was zum Teufel macht der Idiot eigentlich die ganze Zeit mit seinem fetten Arsch. Dann ist es im Discord immer noch am besten zu erfahren, was eigentlich los ist, weil da habe ich die Kommunikation mit den Leuten viel mehr oben gehalten, weil es einfacher ist, einfach kurz in den Chat reinzutippen und dann zu sagen, hey Leute, ich bin bei meiner Freundin, wir streamen übrigens morgen zusammen. Da könnt ihr gerne einschalten und so weiter und so fort. Ja, ich bin euch dieser Erklärung schon ein bisschen länger schuldig, wie gesagt, aber es war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Und jetzt, wo das Semester wieder angefangen hat, bin ich jetzt wieder hier zu Hause. Quasi regelmäßig besuchen, dann auch nachher über die Weihnachtstage, sehr, sehr wahrscheinlich. Ist zumindest so geplant gewesen, das möchte ich auch. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, um mich um YouTube und um Twitch zu kümmern. Ja, und nur damit ihr vielleicht, weil das möchte ich ja in den Sprüchen auch einmal sagen, ankündigen, was auch immer, damit ihr versteht, wie weit diese Beziehung innerhalb dieser kurzen Zeitspanne schon geht und wie das Maß ist. Also für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat, über das Discord, über sonst wo oder über die Together-Streams, die wir gemacht haben. Meine Freundin heißt mit YouTube-Namen Shivas Tochter. Könntet ihr sowieso jederzeit nachsehen, wenn ihr auf meinen Discord kommen würdet. Von daher brauche ich es ja kein großes Geheimnis halten, kann es ihr einfach sagen. Und sie hatte die Ehre, zu einem besonderen Gaming-Event zum Spiel Die Sims 4 eingeladen zu werden, was in der letzten Woche war, wo wir entsprechend vom Dienstag bis zum Freitag hin eingeladen wurden nach London. Ich war letzte Woche in fucking London. Das erste Mal, dass ich großartig jetzt im höheren Alter allein geflogen bin, also urlaube so als Kind mit Familie Zehner für mich nicht. Zwei Tage lang größtenteils nur Sims und danach dann zwei Tage lang die Stadt der Kunden. Das war anstrengend, aber ein sehr, sehr besonderes und tolles Ereignis für mich. Und deswegen könnt ihr euch denken, wenn die Beziehung schon so weit ist, dass wir entsprechend einen Urlaub, würde ich nicht sagen, aber so einen Kurztrip nach London machen, so gut verstehen wir uns, so sehr, kann ich nicht recht sagen, liebe ich sie. Naja, so sehr habe ich die Zeit mit ihr mehr leider genossen, als dass ich wirklich jetzt mir die Zeit nehmen wollte, die Videos nehmen herzuschneiden. Und ihr wisst, mit Perfektionismus ist es immer ein bisschen blöder, überhaupt ein Video rauszupacken. Aber, yay, ich Idiot. Nun gut, wie gesagt, die Uni läuft jetzt auch wieder an mit dem Semester, von daher, wie wird das Ganze jetzt für uns ablaufen? Ich werde natürlich jetzt wieder zwischen den Tagen versuchen, ein bisschen mehr Zeit in die Videos zu stecken. Ich habe da auch schon mit einem neuen angefangen. Ich muss mir das mal abgewöhnen, die ganze Zeit will ich darauf immer diese Sagen von wegen, dazu kommen wir gleich noch. Ist halt so, das neue Video geht nämlich um Stardew Valley, was ich ja auch mit Shiva damals angefangen hatte, weswegen sie mich ursprünglich eingeschrieben hatte. Und daraus ist das Ganze dann irgendwie entstanden, aus dem Stardew Valley Multiplayer. Also ich glaube, ich muss auch so ein Dankesbrief an die Entwickler schreiben. Zum einen an Google. Die Story werdet ihr sowieso nicht glauben. Also sie hat mich per Google gefunden, über das Let's Play Forum. Also Dankesbriefe schreiben für unsere, keine Ahnung, unser Einjähriges dann nachher an Google, ans Let's Play Forum, an die Administratoren und an die Leute von Stardew Valley. Oder den einen, es gab mir nur am Anfang einen Entwickler, jetzt wo ich drüber nachdenke. An den einen Entwickler schreiben, danke Kollege, du hast mich und meine Freunde zusammengebracht. Naja, und ich hatte jetzt ein Stardew Valley Video gemacht, denn wir wollen in Zukunft Stardew Valley halt, weil wir uns jetzt so gut kennen, weil wir zusammen sind, Stardew Valley nicht mehr als einfach als Let's Play machen, was man dann so nebenher aufnimmt und hochlädt. Sondern das soll dann sozusagen in der Zeit, wo ich hier zu Hause bin und nicht bei ihr bin, soll das dann sozusagen ein Together Stream Projekt werden, daraus entstehen. Das werden einfach sagen, yo, am Samstag setzen wir uns hin oder am Freitag, Samstag setzen wir uns hin, machen beide Stardew Valley an und streamen das dann zusammen. Und das kommt dann nachher ab jetzt in diese Playlist rein. Die nächsten zwei Parts sind noch aufgenommen, die muss ich noch hochladen und danach dann wird es Stardew Valley Livestream Together werden, was dann in der Playlist folgt, nur so als Nebeninfo. Danach werde ich natürlich jetzt gucken, dass ich mich wieder an Final Fantasy dranhänge, Monster Girl Quest habe ich auch noch ein bisschen Video übrig, was ich euch wiedergeben kann, Indiana Jones und so weiter und so fort. Ihr wisst, wir haben genug zu tun. Ich habe die Freizeit zumindest nutzen können, alle Folgen von Divinity und von South Park Fractured But Whole hochzuladen auf meinem YouTube Account. Ich werde die dann jetzt demnächst freischalten. Ich musste für South Park noch einen Thumbnailer zusammenbasteln. Das habe ich jetzt gerade, ich glaube, vorgestern geschafft gehabt. Ich bin seit Montag wieder zu Hause, auch wegen Uni. Aber ich bin, sage ich mal, hier ziemlich am Hin und Her hetzen. Zum einen zur Uni, zum anderen hier jetzt, weil ich ja wieder auf einem großen ländlichen Grundstück bin, mit Dingeschleppen nachzuholen und so weiter und so fort. Und auch für die Uni noch einiges zu organisieren. Sei es in Richtung möglicher Wechsel, neuer Studiengang, Geld und Krankenkasse und so weiter und so fort. Von daher da ist auch noch so einiges zu tun. Da bin ich gerade dran. Und deswegen entschuldigt, dass das Video erst jetzt kommt. Ich bin im Endeffekt, ja, ich muss mir die Zeit erstmal nehmen, um hier einmal ordentlich meine Gedanken zu sortieren und das Ganze für euch auf Video zu bannen. Und mich da nicht, na gut, ich bin bei 11 Minuten. Okay, gut. Ich dachte, ich verquatsche mich ja schon wieder für wenigstens 20, 30. Aber gut, ich bin offenbar gut in der Zeit heute. Muss ein bisschen langsamer reden. Und mal einen Schluck Kaffee trinken zwischendurch. Entschuldigt. Aua. Löffel, du musst mich nicht gegen die Brinne hauen. Das ist voll unhöflich. Jo. Ich werde entsprechend jetzt also die Divinity-Teile und die kompletten, die kompletten übrigen Divinity-Teile und die kompletten South Park-Streams dann entsprechend jetzt die Tage freischalten. Danach dann wieder reguläre Videos dazu packen. Ansonsten ganz normales Programm fahren. Dazu komme noch, was ich eben noch sagen wollte, wer noch nicht es mitbekommen hatte, was eine ziemlich coole Sache eigentlich geworden ist, meiner Meinung nach, sind die Retro-Streams, die ich jetzt mit Schiebe angefangen hatte in letzter Zeit, sag ich mal. Wo wir uns dann samstags bei ihr zusammengesetzt haben vorm PC. Und dort Retro-Spiele ausgepackt haben, gespielt haben von älteren Konsolen und diese zur Abstimmung gestellt haben. Was denn gespielt werden soll, wo ich dann immer so eine Handvoll, drei, vier Spiele rausgesucht habe aus unserer langen Liste, die wir jetzt haben. Wo jeder sich von euch was wünschen kann. Also wenn das Spiel halbwegs uns zusagt, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie sowas ist wie, keine Ahnung, Comanche Helicopter Fighter, irgendwie sowas vom Atari oder sowas. Oder irgendeiner Konsole. Ich meine, Comanche Helicopter Fighter ist jetzt nicht unbedingt unser Genre. Dann schreiben wir das auf, wir gucken nach, dass wir entsprechend das vorbereiten auf dem Emulator und können es dann im Stream spielen, wenn genug Leute dafür abstimmen. Ich habe die Spiele rausgesucht, wir haben sie zur Abstimmung gesetzt und dann wurde immer das gespielt, was die meisten entsprechend sehen wollten. Unter anderem sind wir auch noch nebenher dabei, jetzt bei Yoshi's Island und Chrono Trigger weiter zu spielen und weiter zu machen. Zusätzlich noch dazu. Und nochmal anzukündigen, dass die Info auch nochmal fällt. Da ich nächste Woche, da wir ja, je nach Bundesland, am Mittwoch einmal bei uns hier Reformationstag haben und am Donnerstag danach am ersten bei ihr ist Allerheiligen. Also irgendwie konnten sich die Leute nicht auf den Feiertag einigen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, da ich durch den Mittwoch, durch den Feiertag eine Vorlesung bei mir ausfällt und das Tutorium danach direkt am nächsten Tag, am Donnerstag ist, das ebenfalls ausfällt, werde ich nächste Woche entsprechend wieder zu Shiva fahren und sie möchte am 31. einen Halloween-Stream machen, wo ich dann dabei sein kann. Dementsprechend, ich werde es dann, ihr Ankündigungsvideo werde ich nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Guckt es euch an, sie singt. Sie singt, oder, ne, verdammt, es wurde ja gesperrt, das Video. Müssen wir mal gucken, wie das macht. Sie hat, sie hat wunderbar gesungen. Sie hat einen, äh, von Tim Burton, heißt nochmal Nightmare Before Christmas, hat sie das, den This Is Halloween Song, hat sie die deutsche Version genommen aus Kingdom Hearts, meine ich hatte sie gesagt, ähm, und hat den vom Text her umgedichtet auf ihre Stream-Ankündigung, es war super. Und wird dann dementsprechend einen Halloween-Stream machen. Lass mich nochmal ganz kurz hochscrollen. 31.10. um 18 Uhr geht es dann los, auf YouTube als auch auf Twitch und da werde ich dann wohl, sehr wohl, dabei sein. Von daher freut euch auch darauf. Wie gesagt, sowas bekommt ihr noch am allerersten mit, was denn los ist oder was für Streams denn passieren, wenn ihr im Discord seid. Der Link steht nachher auch nochmal wieder unten in der Videobeschreibung. Auch wenn jetzt wahrscheinlich schon wieder nach 5 Minuten alle Leute weggeklickt haben, weil ich mich hier nur am Verplappern bin. Aber egal. Jo, bleibt noch irgendwas übrig? Ja, ich entschuldige mich natürlich wie üblich für die lange Wartezeit und vor allem auch bei den Sprechern, bei denen ich mich jetzt seit Ewigkeiten nicht gemeldet habe, wahrscheinlich inzwischen ein halbes Jahr. Das heißt, bei meinem Glück wird niemand mehr von den Final Fantasy Sprechern da sein und ich werde alles neu besetzen dürfen. Das kommt davon in meiner glorreichen, nee, keine Ahnung, alles was nicht glorreich ist, trifft gerade auf mich zu, also eher das. In meiner Nicht-Glorreichheit. Nun gut, aber was will man machen? Lebensglück hat in dem Punkt halt Vorrang gehabt. Da brauche ich nicht leider sagen, das hat Vorrang gehabt, so zum Teufel. Jo. Wenn noch irgendwas sein sollte, lass mich kurz nachdenken. Heute Abend streamen wir, das habe ich schon gesagt gehabt. Steinskate geht dann demnächst vorbei. Da wir im letzten Kapitel sind, ich bereite schon den perfekten Spielstand vor, damit man das auch nochmal sehen kann. Ansonsten läuft gerade noch auf LeBruns Wunsch hin Pokémon Insurgents als Wunschspiel. Und danach werden wir, wenn Steinskate vorbei ist, aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein oder mehrere Danganronpa-Teile überspringen. Denn das war Junas Wunschspiel, was sie sich schon seit längerer Zeit gewünscht hatte von mir. Was ich entsprechend auch machen möchte. Vor allem, weil Danganronpa ja auch in die Kerbe fällt à la Zero Escape, also der Zero Escape Spiele. Und die ja eigentlich bei allen recht gut angekommen sind, meiner Meinung nach. Von daher freut es mich von denselben Entwicklern, das nächste, die nächsten Spiele mir anzugucken. Und dann zu entscheiden, ob das entsprechend was ist für euch und für mich und so weiter und so fort. Zumindest das Ganze dann wieder ein bisschen in Deutsch zu machen, weil ich das ja dann spontan wieder im Kopf für euch übersetzen würde. Prost. Na gut. Ich würde sagen, dann beenden wir das Ganze hier. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Wir sehen uns sonst nachher im Stream. Heute wieder um 18 Uhr. Wenn ich das Video hochgeladen habe, wahrscheinlich dann so in ein, zwei Stündchen, die noch übrig sind. Mit Steinskate und jo. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke für eure Geduld. Bis später. Ciao.